guten abend liebe elvenradio zuhörer hauptsache ihr steht schon vom schon vom radio also jetzt geht's los richtig mit der party bei elvenradio ist jetzt die party laune bis 23 59 und dann geht's los mit dem countdown also jetzt bis 0 uhr durch ich weiß es nicht also maximal nach zwölf halb zwölf gehe ich ins bett und ihr werdet schon ab 19 ab 0 uhr 25 ich bin schon verarscht oder wir gehen jetzt raus jetzt raus schreib mal in den chat ob wir jetzt schon raus gehen sollen weil meine mutter ballert schon aus ich geh mal mit raus natürlich hat jemand mit etwas geworfen natürlich falscher alarm beginnt jetzt doch noch nicht raus ab 21 uhr ist die party stimmung richtig also ab 23 uhr kommt die richtigen rockets euro pop hits was ihr wollt also immer was ihr wollt nee das ist das fake ladekabel ist nämlich nicht also ich habe nie was der gefühl bei elvenradio best of heute einmal ab 20 uhr kommen die ganzen best ofs aus dem jahr 21 und um 23 uhr kommt könnt ihr anrufen was du für neujahr 15 bei elvenradio was soll sich im programm enden so sollen wir mal fraxen und machen oder was mir ist egal keine bösen sollte ich bin nichts ich bin nichts also erst mal werdet ihr bis 21 uhr diese bildschirme sind so wie ich gerade hier rumlogge und ab 21 uhr gehen wir mit dem radio mit dem laptop alles raus weil draußen ist auch guter wlan empfang und das finde ich cool guten abend ich weiß nicht mehr wo es enden ist guten abend hier ist die elvenradio silvester party jetzt geht es los mit den richtigen party jetzt also jetzt passiert richtig was also heute geht es los mit der silvester party also jetzt am 18 uhr haben wir gesagt wir streamen ich bin auch gerade live bis 23 uhr bleibe heute live weil bei la oma kommt heute noch zu besuch nein 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 wenn ihr natürlich noch telefonieren vielleicht seid ihr auch dabei ich weiß nicht ob es geht ich weiß nicht ob es geht vielleicht seid ihr hinter dem radio auch dabei ich weiß das alles nicht wenn ich jemanden anrufe aber nee 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 es geht nicht hab ich schon mal ausprobiert weil ihr heute morgen noch nicht gehört habt die comedy stunde und die podcaststunde werden abgeschafft auf diesen zwei tabs bei elvenradio web bei der elvenradio webseite kommen neue projekte her also heute um 23 uhr könnte eure neujahrswünsche über telefon loslassen ruft uns an wir sind gern 24 stunden für euch verfügbar bis maximal nur 30 können wir für euch telefonieren und danach geht es los mit der party geht weiter aber da bin ich nicht mehr da weil dann muss ich auch schon ins bett normalerweise sage ich bestimmt wenn ich im bett gehe aber um 1 uhr im bett 0 uhr 30 also diesen wecker den sehe ich heute zum letzten mal mann warum muss das ja schon heute schon eng sein in die morgen sein oder nächstes übernächstes jahr oder erstens übernächstes jahr geht nicht weil dann ist schon öftere jahre übersprungen weil viele gucken ja jetzt harz herz ist eine seele den dreck gucke ich nicht habe ich schon mal bei br geguckt bei elvenradio bei elvenradio auf der webseite könnt ihr auch auf den link klicken auf dem die Kein Party-Hit, auch keine Party-Hit, auch keine. Guck mal, die Pop-Hits. Okay, hier werden komische Leute angezeigt, hier werde ich nichts sehen. Hier ist Real Rock You bei Elvin Radio. Gewünscht von Thomas, auch unser DJ. Unser DJ Thomas, kennt ihr nicht. Er ist Privat-DJ, macht zu Hause DJ-Musik. Bei Elvin Radio macht er auch seine DJ-Musik-Laune heute. Ich ruf ihn mal an. Nee. Falls Kinder zuschauen, liebe Kinder, geht um 0 Uhr ins Bett. Nein, natürlich nicht. Ihr könnt so lange aufbleiben, wie ihr wollt. Und die heute noch nicht länger als 0 Uhr 30 aufbleiben. Die können heute noch Elvin Radio verfolgen um 0 Uhr 30. Also Elvin Radio, die Party geht weiter. Also diese Hits, die jetzt kommen, die würden im Hauptprogramm nie abgespielt, wenn du Pop-Mod oder Kinder aussiehst. Am 30. So am Weihnachten oder ab 1. Dezember haben wir schon angefangen mit Silvester-Hits. Weil heute ist der letzte Tag des Jahres 21. Und ja, und wir haben verschiedene neue Herausforderungen. Einmal ist es, wir kriegen unser neues Studio. In Klammern, meine, also, wir haben unsere neue Wohnung gesucht. Und, ähm, ein Elvin, also ein Zimmer, wird das Elvin Radio-Studio. In Klammern, mein Zimmer. Ihr hört ja Rockmusik im Hintergrund. Nicht, dass die Instagram wieder das Video gesperrt, wie die Gäste. Aber es wurde online gestellt. Danke, Amma. Danke. Aber ohne wird das nicht rausgeschnitten. Ihr fragt euch bestimmt, wann, wenn wir rausgehen. Werden wir diese Musik laufen lassen? So, Lautsprecher? Ich weiß das nicht. Wenn leise, wenn leise. Nee. Ich mach's nicht mehr Kopfhörer, weil viele schlafen ja auch noch. Jetzt kommt ein Pop-Hit. Ja, Pop-Hits kommen auch manchmal dazu. Jetzt Wollermann von... Ein-Hit-One. Nathan Evans. Natürlich werde ich natürlich alles über Kopfhörer laufen lassen, wenn ich die ganze Musik natürlich hören. Und ich werde natürlich moderieren, für ihren Verhalten, und ihr mit Ballet bülk ich ihn an, ob er nicht mehr ganz dicht ist. Ich weiß das nicht. Viele gehen ja schon um 21 Uhr ins Bett oder so. Wie geht ins Bett? Um 21 Uhr? Ja, gestern war das letzte Mal 21 Uhr. Und morgen geht's wieder um 9 Uhr los. Aber viele haben ja auch über komisch im Takt, ähm, wenn ich... Ich mach auch was, wie sie gleich gestellt ist, ein bisschen. Viele haben ja immer so einen Takt, wenn jetzt zum Beispiel Neujahrs Anfang ist und die 0 Uhr sagen, also 23, also jetzt zum Beispiel 0.50 Uhr oder so, und die sagen, äh, heute oder morgen. Also immer das mit einem heute oder morgen. Ich weiß, was ist denn heute oder morgen? Morgen ist schon 2. Januar, was geht ab? Wir feiern natürlich heute Silveste durch. Also Silveste, kennt ihr ja. Party ist nonstop bei Elvenradio. Und das wird nächstes Jahr, übernächstes Jahr, übernächstes Jahr, 23, 27, 28, 29, 30, 31. Also solange Elvenradio lebt, solange war man diese ganzen Silveste, Partymusik, also Elvenradio ist jetzt euer... Ihr könnt jetzt auf unserer Webseite übrigens... Ähm, die Adresse gibt es bei... bei unserem Elvenradio Instagram. Ich weiß nicht, ob es die Webseite überhaupt noch gibt. Oder geht mal bei Google Elvenradio ein und dann geht auch Webseite und dann könnt ihr da aufklicken und dann seid ihr... Oh! Komm, knall ein. Dich knall ein. Dich, ich knall ein, Dichy! Mh. Ah, ja, aber nicht ohne mich anfangen. Ja, wartet! Mh. Elvenradio live. Tischknaller-Experiment. Oh, Mann, macht her. Na, hier, du beknacktes Radio. So. Nein! Nein, 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 nein. Drei, eins, feuer! Nein, ich mach jetzt. Hast du eine Belastung von dir? Ja. Oh, der war ja leise. Das war nichts. Ich lass das auf. Na und? hast du eine luftschlange für mich das ist eine luftschlange bei instagram könnt ihr live sehen was ich gerade hier mache ich habe ein geist wieder sowas was ist denn das das stinkt die sau wo ist eine angefangene schon verarscht hier ist keine angefangenen wenn ich jetzt auf bonbon wunderkerzen gibt es ab 21 uhr hier knallen die laut kann man die essen ja am boden jetzt hier die steht die wiese auf habe ich das liegen die nicht auf dem tisch oder was da liegen wir ja auf dem tisch aber da ist keine angekommene schön verarscht haben wir noch einen von diesen brillen hier haben wir die von 2009 hier war mal auf hier sind die bügel ok was soll das ab machen ich bin mir ein bisschen ich bin mir ein bisschen ein bisschen in meiner schlafzimmer schmecken ah vergiss es nein ich werde natürlich nicht damit umringen wo ist und ja wo ist das ach da ist das endlich Oh, fliegt das hier noch runter. Batterie, hat keine Batterie. So, Elvin Reiche war gerade live im Wohnzimmer. Ja, und bei Instagram könnt ihr uns jetzt sehen, während wir unser ganzes Studio schmücken. Los geht's. Ah, schön. Und Leute, so werde ich dann sehen. Also Leute, bin ich dann draußen. Frohes Neues. Nee, frohes Neues werden wir nicht wünschen, erst mal. Okay, wir machen weiter. Wir brauchen Bass, wir brauchen Bass, ja. Ich brauche auch Bass. So, unser Radio ist... Erst mal kommt hier ein entspannter Hit. Jenny, bei Elvin Radio. Und ihr schaltet wieder ab 20 Uhr ein, okay? Ich brauche. Also, hier, bei Elvin Radio. Ich brauche es sehr 재밌 einenmentsprechend. Ich brauche es sehr einfach. Vielen Dank.